Wir feiern hier heute die Gründung der Firma Sedamind, eine Firma, die Unternehmen und Verwaltungen dabei unterstützt, mit ihren Daten Wertschöpfung zu erzielen, creating data value. Daten sind eine neue strategische Ressource, kann man vergleichen mit der Bedeutung von Personal und Finanzen und es geht darum, diese Daten quer durch alle Organisationen hindurch zu nutzen und dies vor allem auch unter Respektierung von natürlich rechtlichen Auflagen und ethischen Regeln. Ja, also alle jene, die in eine datengetriebene, datenbasierte Welt wachsen wollen mit ihren Prozessen und Business Cases, die können von uns profitieren, indem wir ihnen helfen, dies auf eine verantwortungsvolle Weise anzugehen. Unternehmen in verschiedenen Industrien, die Finanzindustrie, Energie, Gesundheit oder Verwaltungen auch, ob es jetzt in Bildungswesen ist oder Smart Cities, Daten sind überall und können von verschiedenen Organisationen besser verwendet werden. Von Sedermain können natürlich vor allem unsere Kunden profitieren, also die Unternehmen und Verwaltungen, die sich von uns beraten lassen, betreuen lassen und aber auch zukünftige Partner und Mitarbeiter, die sich an unserem Projekt beteiligen. Unsere Ziel ist es hauptsächlich Unternehmen und Verwaltungen nahe zu bringen, auf welchem Datenschatz sie sitzen und ihnen mit ihnen zu arbeiten, zu helfen, Datenstrategien zu entwickeln, die deren Geschäftsmodelle weiter für die Zukunft entwickelt. Mein Ziel ist natürlich, dass die Firma erfolgreich ist, dass sie möglichst viele Kunden gewinnt in der nächsten Zeit und auch neue Kollegen, neue Mitarbeiter und wir einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau des Daten-Ökosystems in der Schweiz leisten können. Mein sehr persönliches Ziel ist, dass Sedermain ein Ansprechpartner in der Schweiz wird für das Thema verantwortungsvoller Umgang mit Daten und dass wir ein Partner sind, an dem man irgendwie einfach nicht vorbeikommt.